so die ehren alle drin aber die ceo ja jetzt gibt es jahre tut die agentur die da gibt es ging ja schnell da waren wir richtig gut der wettbewerb schaffen die hier noch und dann können wir die schon los jetzt zwei vorbereitungen machen oder ob die hauptpension bei jeder das ist aber ein eingang ich glaube dass ihr seid jetzt irgendwo da unten warte warte irgendwas stimmt doch gerade früher nicht warte 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 ich hatte aber auf crew stehen wir sind doch eigentlich eine crew ja aber baby konnte kann nicht einsteigen ok ich bin nicht was das eine jetzt mit dem anderen zu tun hat ich habe wieder sein auto auf kuh hat dass das nicht eingestiegen ist also sagen wir mal so du bist ja im in-game bist du nicht in der crew also natürlich bist du weiterhin teil der crew und der rost crew das ist klar so so jetzt wird sich auch so schnell nicht ändern oh ich bin hier vorbeischleiten oder was wir sind ja wahrscheinlich nur seit der entscheidung wir warten mal noch dass die beiden vor neuesten angekommen sind ich trinke mich mal ein schluckchen hier ich kann doch mal gerade kurz ich muss doch gerade gucken wo ich vor dir ich hab' aber ungerührt eh mein becher holt wie in der mein becher ja ich brauch doch 3 km ungefähr ich könnte dir so lieber öppen gerührt da sind sie ja schon nein nein ich komm jetzt bin lieber 3 km doch dann bin ich sofort da ich ne mache es nicht mehr mit äh kevin das heißt jetzt wieder das ja ja wir sind vier leute wir könnten jeden von denen ausschalten mit gut aufgrund der sichtspfelder könnte man das auch fast so ja warte hat es vor zwei kilometer stürze fütter Ja, aber der eine Kopf wird nicht angezeigt. Ja, gar kein. So, wir können loslegen, Kevin ist auch da. Also, die beiden, die Typen etwa töten da. Ja, wow. Wow. Der ist direkt reingelaufen, wie geil, was macht denn? Oh, das ist... Oh, Mann. Ich gebe mir mal Deckung, ich würde kapieren. Ah, das ist doch... Da ist er hier. Sollte ich mal gesehen. Oh, jetzt aber. Abz ist unterwegs Wildy Wildy Darky Zieh den Helfen ab Was ist das ein Netz? Oh ja geil, komm hier explodiert halt einfach alles Die Frau sieht's wohl nicht Die Pferden waren's ja auch Die Bullen waren's ja auch, die haben auf den Kanister geschossen Sip ihr Foto und we find it Got the location of the subway entrance coming over now Was ist das für dich? Äh Was ist das für dich? Kurze Tschüss Warte, warte, warte Ich muss mich erst mal heilen Damit kannst du nicht fahren Oh, läuft Sonst gehen die nie Komisches Spiel Vor allem Damit kannst du nicht fahren Willst du das wissen, wohin du nicht einsteigen? Weil ich vor dir stande Achso, du warst, bei mir warst weggefahren Ich bin hier der Bullenwagen vor dir Ich bin hier der Bullenwagen vor dir Du fährst ja kein Du fährst ja kein Wagen Aber eigentlich gehen sie nicht Ich bin hier Du fährst ja kein Wagen Aber eigentlich gehen sie nicht Geil Geht mir doch nicht alle heute auf die Piss Äh, wo ist mir der U-Bahn-Eingang? Der ist da oben Ja, da, da ist der Kalt Da, da, da ist der Kalt Da, 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 da Ich bin schon dran Ich muss einfach noch die Gleiterfahrer, die da sind Diese, diese Die Gleiten Ach jo Okay Ah 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 Ja genau da Warten wir noch auf die anderen beiden Da hast du aber auch das Schildschild ausgesucht, Pippi Ich werde es einfach machen Ich will den Kevin im Falle für meine Freunde Hä Wir warten auf dich Wir warten auf dich Tch Wieso hatte ich mir jetzt hier so einen Strengger irgendwo oder was Ist der jetzt gut, man hält auf da bitte Ah Ich fahr nur in die Richtung 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 Ja, vor der links hat so Reifenblatt Ja, vor der links hat so Reifenblatt Wenn die rauskommt Ich fahr nur in die Richtung Und das ist Ich fahr nur in die Richtung Ich fahr nur in die Richtung Zeit bei Star jetzt durch den Tunnel! Woah! Was darfst du jetzt hier? Ich hab doch nur einen alten Fell geweckt! Da kommt ein Zug! Ich hab's gesehen! Ich weiß genau, wo das Ding ist, zu fotografieren müssen. Er sagt nicht, woher. Die Mission habe ich schon mal gemacht. Du, ich wollte nicht. Dass du weißt, wo das Ding ist, zum Fotografieren, das wundert mich nicht. Also da haben wir alles gut. Da haben die Jungs vorhin der Mission bekloppt gesucht. Und ich hab das Ding dann in die andere Hand. Wieso? Da ist ein... Da ist ein... Ähm... Ey, das sind unsere Autos! Ähm... 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 Ähm...